ich zeige euch anhand eines picodostos wie man es einbaut wie man ihn programmiert und welche möglichkeiten man dort hat als erstes zeige ich euch die sachen die man braucht okay meine lieben dann legen wir mal los also was braucht ihr natürlich braucht ihr die lichtleiste ihr braucht ein stromabnehmer den puffer kondensator da ist wichtig darauf zu achten zwischen diesen beiden nippeln die hier dran sind da ist ein pfeil der von plus nach minus zeigt bitte auch richtig rum anschließen dieses teil nicht einfach anschließen an die lichtleiste so lötet euch dann noch ein bisschen kabel ran damit ihr da nicht so eine probleme kriegt ansonsten wie gesagt euren waggon den ihr beleuchten wollt und ich würde sagen wir fangen einfach mal step by step an im ersten schritt öffnet ihr einmal euren zu beleuchtenden wagen so nachdem ihr euren wagen aufgemacht habt könnt ihr einmal die lichtleiste hier im fall bei meinen dosto einmal schon mal so anlegen und dann sucht ihr euch einen punkt wo ihr durch schneiden wollte es wäre mein falle hier an dieser stelle und den schneidet ihr dann einmal vorsichtig durch das geht mit der zange das könnt ihr aber auch gerne mit einer schere machen so schön vorsichtig dass auch gar nichts kaputt geht damit haben wir die leiste einmal getrennt und sie passt jetzt sozusagen einmal hier rein und oben rein die könnt ihr einmal befestigen mit in der doppelseitigen klebeband oder eben auf varianten wie es sonst immer macht ich benutze jetzt hier doppelseitiges klebeband und als nächstes müssen wir aber erst mal ein paar vorbereitungen machen und zwar müssen wir einige sachen anlöten ok jetzt kommen wir mal zum löten es gibt zwei drei sachen zu beachten bitte höchstens nur 100 380 grad beim löten benutzen 1 mm lötsinn nicht so dick wählen bitte und ja wie sagt 380 grad ihr müsst ein paar lötstellen setzen wenn ihr ein dosto beleuchtet und zwar fangen wir an hier wo dieser schwarze baustein drauf ist vorne kommt das gleis ran drehen wir es einmal um haben wir hier unten zwei kleine lötpunkte noch die mit p minus und p plus sind ich blende euch natürlich einmal hier auch die schematische darstellung ein und genau das machen wir jetzt erst mal und wenn wir das fertig haben oder wenn ich es angelegt hat zeige ich euch erst mal das ergebnis ok mein lieben also ich habe es alles mal angelötet wie in der beschreibung das auch angegeben ist ich blende sich hier auch noch mal ein also wir haben den pufferkondensator und angelüttet an p plus und am p minus hier haben wir das gleis angelötet hier gehen wir weiter weil wir haben durchgeschnitten hier haben wir ausgang 2 da gehen wir von hier von ausgang 2 rüber an das andere abgeschnittene stück und ich würde sagen ich baue das jetzt alles einmal ein und dann würde ich sagen zeige ich euch wie man das alles programmiert ok meine lieben so jetzt haben wir den dosto einmal wieder zusammengebaut alles drin eingebaut die lichter und jetzt zeige ich euch einmal wie man ihn programmiert also schließen an entweder könnt das wieder auslesen wenn er nicht wisst was für ein decoder ist ansonsten geht ihr einfach auf vorlagen und template sucht euch den lm raus und fügt ihn ein nun sucht ihr euch eine adresse raus praktischerweise die die ihr wollt sag ich mal sozusagen und wenn ihr euch die raus gesucht habt oder ihr habt zum beispiel anders ihr habt zum beispiel die lok wo der dosto dran hängt auf adresse 2 dann nehmt ihr natürlich auch adresse 2 als nächstes geben wir mal zu den schaltausgängen ihr habt zwei schaltausgänge ihr habt den schaltausgang 1 und den schaltausgang 2 ihr könntet nämlich rein theoretisch am schaltausgang 2 könnt ihr auch rücklicht anschließen ich in meinem fall habe dieses nicht gemacht ich habe es um vorzuführen es so gemacht dass ich die obere beleuchtung den schaltausgang 2 genommen habe und bei der unteren beleuchtung den schaltausgang 1 den habe ich auch so gelassen wenn ihr das natürlich jetzt so bei eurer lok habt die adresse 2 hat müsste im gucken auf welche tasten ihr es legen wollt ihr habt ja insgesamt hier die 68 tasten wo es rauf legen könnt hier in meinem fall lasse ich es auf taste 1 und taste 2 wenn ihr es aus lust haben schreibt das natürlich ja und dann würde ich sagen wir testen die geschichte einmal obwohl halt doch für testen erst einmal erst mal testen war einmal und dann können wir noch so ein bisschen an den sonderfunktionen rum spielen aber als erstes schauen wir uns mal an ob es überhaupt geht also adresse 2 wir schalten unten mal an funktioniert und um funktioniert es auch der besondere oder es ist besonderes cooler an dem wagen also er hat ja im endeffekt ein 1 1 1 kondensator drinne das heißt wenn wir ihn jetzt zum beispiel unternehmen leuchtet er noch ein moment weiter und die stellen ihn aber auch mal wieder rauf so wir haben wir darauf gestellt mal nochmal ordentlich ins bild rücken und wenn ihr jetzt aber ausschaltet dann geht es auch aus ja also ist nicht so dass wenn man den ausschalter drückt dass er dann noch weiter läuft nein wenn ihr ausdrückt dann geht es auch aus also wie gesagt das funktioniert und ich würde sagen wir gucken uns jetzt noch mal ein paar sonderfunktion an dafür geben wir wieder vorlage und template und schauen noch mal also der dimmwert ist nichts anderes bei ausgang 1 und ausgang 2 der dimmwert ist wieder nichts anderes ihr wollt ein bisschen dunkler haben stellt er in dem wert einfach runter ja 255 ist das höchste das kann man moment schießt man schiebt man hierhin ja ist die cv1 und 121 und wir schauen uns jetzt aber mal die sonderfunktion an ich mache erst mal den wagen dafür einmal wieder aus und schauen wir mal was dafür sonderfunktion haben also 0 ist der ganz normale ausgang dann haben wir blinken symmetrisch blinken asymmetrisch kurz an also 1 zu 4 oder blinken asymmetrisch lang 4 zu 1 fotoblitz monoflop einschaltverzögerung feuersimulation tv simulation petroleum simulation neon simulation defekte neonröhre wechselblinken zur gepaarten ausgang us strobo light und us double strobo light das werden die ganzen sachen ich würde sagen wir gucken uns mal eine petroleum simulation erst mal an wir machen mal hier die neuen reihen wir gucken uns als allererstes eine petroleum simulation an also mache ich natürlich bei beiden ausgängen und schreibe dieses einmal einmal hier und einmal da so dann wollen wir ich habe noch gar nicht angeschalten so jetzt ja also es flackert dann ab und zu mal so ein bisschen das sieht man tatsache ich weiß gar nicht ob man das im video so gut erkennt ja doch so ein bisschen ja also petroleum ist einfach so ein bisschen flackern machen wir mal wieder aus und nehmen uns mal mein liebling ist immer die näherung simulation die gefällt mir immer am besten das ist nämlich die nummer 10 die nehmen wir einmal wie gesagt die gefällt mir immer am besten obwohl petroleum auch ganz cool ist so jetzt hat das auch schon einmal angeschalten das müssen ärgerlich jetzt gucken wir uns aber erst noch mal so jetzt noch mal von vorne er schaltet leider immer gleich an beim schreiben das ist ärgerlich das macht aber nichts hier ist schon mal unten ja das ist immer so meine meine liebste simulation jetzt kann man natürlich auch sagen wenn jetzt trotzdem auf zwei ausgängen gelegt hat könnt ihr natürlich aber auch sagen das ist auch gar kein problem ihr legt einfach wir machen mal kurz aus ihr sagt okay ich habe zwar auf den zweiten ausgang ich möchte es aber trotzdem dass es alles gleichzeitig angeht dann erlegt ihr natürlich einfach den ausgang 2 auf dieselbe taste so und wir schalten einmal ein nummer aus nummer ein und damit geht es an also auch das funktioniert wunderbar und ja viel mehr brauche ich euch gar nicht dazu sagen wir haben hier noch so ein paar also zeitwerte wenn man bestimmte simulationen braucht man zeitwert das findet ihr aber auch in der beschreibung ansonsten könnt auch hier mal rein gucken bei bedingungen nur bei vorwärtsfahrt nur bei rückwärtsfahrt nur im stand und 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 ich denke in einem waggon ist es schon wichtig dass ihr dass hier das dass das die innenbeleuchtung sollte natürlich in den waggon immer an sein wann ihr sein haben wollt also nicht nur beim vorwärts fahren oder beim rückwärts fahren anders ist es wenn ihr zum beispiel auf den ausgang zwei rückleuchten liegt dann müssen natürlich die rückleuchten nur bei vorwärtsfahrt ja und wenn ihr vielleicht auch noch einen steuerwagen dran habt dann müsste dann natürlich da habt ihr weiß und rot da wäre es ja bei vorwärtsfahrt sozusagen dass es rot leuchtet und bei rückwärtsfahrt wer ist ganz klar weiß denn also das könnt ihr hier bei den bedingungen eingeben bei den einzelnen ausgängen und ja meine lieben ich hoffe es euch hat es gefallen und ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und ich sage macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao